OLEG! 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 Ich bin wieder gleichzeitig da oben hingepickt! Wie wir... Wollen wir nicht mal die neue Stadt anschauen gehen? Was für eine neue Stadt? Ja. Hä? Wo? Was? Ah, können wir gleich nach oben fahren. Kameshki? Alter, hab ich doch nie gesehen. Hab ich doch gar nicht gesehen. Naja, ich hab die Patch und sie es gelesen. Neu, öffentliche Stadt von Stalbach. Nö, ich wusste gar nicht, dass ein Update gab. Naja, ich sehe hier direkt vor mir unten ein Auto. Ungefähr... Hier, wo ich bin. Oh, da fliegt auch keiner zu meinem Auto. Aber ich bin erster da. Ah, ich sehe es, okay. Alter, voll... Ah, der Wichser will da auch hin, gell? Ich fahr sofort weg. Ah, scheiße. Der ist vor mir, oder? Nein! Ah, ich bin drin. Boxen, Boxen von hinten. Geht das? Nee, geht nicht. Komm ich da rein. Ja doch, ich kann Boxen, ich kann Boxen. Ich hab'n Kill. Er schlägt aus, er ist ausfliegen. Ah, der scheiße Bisse. Wir haben auch'n Kill. Ja. Okay, wir fahren los. Also, wenn jemand im Auto hat, kann man ihn von außen boxen. Gut zu wissen. Alter. Die Zone ist deine Hohenzone. Ah, Zone der Hohenzone leckt mich am Arsch, Mann. Okay, dann fahren wir nicht dahin. Hier ist ein fucking 15er Visier und eine F24. Will die einer? Äh, ja, grad für die Leute da auf dem Berg wäre das grad super geil. Ich will die nicht, Mann. Ich hasse sie. Hab' einen ausgenockt. Alter, die Mini... Eugen, 500 Meter, ich sag's dir. Sofort einen ausgenockt. Links vom Hintergrundleiner. Bei 300 von mir aus. Ich renne jetzt mal schnell zu... Ich renne jetzt mal zum Iter. Toll. Äh, da laufen Gegner. Nord, 345 über die Straße. Drei Stück. Ich seh's, okay. Wieder war's jetzt an beiden. Ja, aber die müssen sich dort betteln wahrscheinlich, ne? Nein, ich mein, war's an beiden Drops. Warte, ich drop die das 15er. Danke. Okay. An der armen anderen Drop war ich's noch nicht. Der ist gelootet. Will ich verarschen? Ja. Der ist gelootet. Alter, die Tone! Ah! Wo ist das Motorrad? Das Auto am Erdbeerhäuschen. Alter, was ist mit uns los? Ja, da steht ein Motorrad. Hol mich mal jemand ab. Nee, da steht ein Auto. Nimm du das Auto, Ilja. Ich hole ein Eugen mit dem Motorrad. Oh! Auf mich wird massiv geballert. Fahr Richtung Küste! Vorne der Stein. Der Stein. Ich hab... Ich hab zwei überfahren! Oh Gott! Ich bin direkt am Hügel. Wir sind so scheiße dumm mit der Zone, gell? Brutal! Das war ein Stein, oder? Ja. Ein ausgenockt. Ist tot. Okay, ist tot. Nice. Ich lad nach. Äh, ich muss mich heilen, mein ich. Ich bin ausgenockt. Wo? Von wo? Ich glaub 60. Ja, 60 wird es gut sein. Aber da hinten beim Leuchtturm sind auch welche. Links von uns. Oh, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ein ausgenockt. Okay. Fuck, alter. Ja. Jetzt ist er grad stehen geblieben, der Wichser. Eugen, tut mir leid. Ja, und du hast keinen Schuss mehr, oder was? Ja. Da oben ist noch mal einer auf. Links am Leuchtturm sind auch noch welche, gell? Ja, aber scheiße, Mann. Der Eugen verreckt. Pass auf die Zone auf. Ey, wir sind so Idioten. Wir ballern da rum wie Vollidioten, gell? Ja. Ja. Ich, ja. Kann man nur bestätigen, ne? Du musst essen wohl. Leuchtturm. Ja, schade. Was ist denn, ihr Wichser? Ja, ich bin morgens. Ich bin morgens. Ja, ich bin morgens, wir Neither. Ja, der Wichser! Ja, ich bin morgens. Ja, mein Gott. Verreckter der Zone! Ja! Ja, leg dich da, ey, Mann. Alter, Mann, ich hab nur Verbände, Mann. Was ist das für eine Scheiße? Ach, das sind nur noch zehn im Leben? Ja, und die sind alle vor dir. Oh, ich bin in der neuen Zone. Das zieht jetzt mal als Vierfachvisier auf. Oh, fuck. Da oben war einer, hast du gesehen? Ja, genau da, genau da. Kannst weg, Headshot. Aber der weiß, dass du da bist. Der zieht so komisch. Na, nein. Oh, fuck. Zwei. Einer läuft links rum. Der Wichser. Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt würden sie mich... sehen, Alter. Achtung, Zone. Oh, ja. Danke. Komm, 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 komm. Ah. Tauch, tauch. Ja. Gute Idee. Falsche Richtung. Ja, aber ich... Ah. Oh, leg da, ich scheine. Wieder da. Alter, taucht! Die taucht nicht! Jetzt. Oh, ich bin in der Zone. Oh, der kommt einer. Da kommt einer. Da kommt einer. Da kommt einer. Da kommt einer. Direkt vor dir. Direkt vor dir ist einer. Er steht hinter diesem großen, braunen Stein. Hinter dem. Nein, nein, nein. Eins vorne dran. Ja, der da vorne. Bleib im Wasser. Der Wichser im Wasser bleiben soll. Nein, nein, nein. Auf gleiche. Das ist doch außerhalb der Zone. Nee, da... Kann man sich überhaupt nicht wehren. Ach so, ja, okay. Gut, dass die aufeinander schießen. Alter, ich leb noch. Da ist er, da ist er, da ist er. Direkt vor dir. Jetzt läuft er nach links, pass auf. Der ist nur ausgenockt. Weiter hinten. Alter, ich sehe ihn nicht. Der ist schon hinter dir. Nein, nein. Der letzte ist hinter dir, ja? Ihr seid nur noch zu zweit. Der muss oben sein. Fuck. Hast du smoked? Ja, äh, eine. Der ist aber oben. Ja, der ist oben. Der kann oben sein. Du hättest nicht auf dich schießen können. Er hat nicht auf ihn geschossen, sondern auf den Mate, unserem Kollegen. Oh, ich bin der Saison. Na ja. Pass auf, er kann über dir einfach runterspringen. Der macht er malalala. Der macht er malalala. Der hat der fixe, wo ist der Mann? Oh. Gerade ist er irgendwo links. Irgendwo geschlichen. Da. Er weiß nicht, wo du bist. Er weiß es nicht. Mit einem kill. Wer ist der King, bitch? Wer ist der King? Ich bin der King. Ich bin der King. Ja. Wir sind der Kings. Wir sind der Kings. Baby. Ja. Das ist ein schönes Masivus-Chicken. Der Mann.